Die Digitalisierung macht mein Leben viel einfacher. Wenn ich irgendwo hin will, gucke ich in die SBB-App, die sagt mir, welche Tram oder welchen Zug ich nehmen muss, wann er losfährt, ich kann dort bezahlen. Super. Und wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit ein Gipfli will, dann kann ich auch das mit dem Smartphone bezahlen. Das einzige Thema ist vielleicht noch die Sicherheit. Aber auch da gibt es Lösungen. Kommen Sie doch zu uns in die UBS-Filiale und wir erzählen Ihnen gerne, wie man sicher im Internet bezahlen kann. Untertitelung des ZDF, 2020